Und damit Willkommen zurück zu Elex. Wir sind auf der Suche nach Quest, CP und allem was uns nicht tötet. Letzteres finden wir meistens nicht. Oh, war ein bisschen weit geworfen. Oh nein, wer hat den hier wieder auf Zeitzünder gestellt? Er spielt neue Leiden. Was? Oh Gott. Was denn? Und ein Scheißfokus. Perfekter Start. Einfach perfekt. Wir müssen so hingehen, dass wir nicht zur Lava laufen dabei. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Trink, trink. Gott. Denk schon wieder mit so einem Mega-Kampf-Kampf an. Gut, dass du hier warst. Gehen können, sagt er. Was ist es denn denn gerade? Versteck dich halt. Oh, oh. Boah, wir haben nur zwei Schläge gebraucht. Drei von vier getroffen haben. Habe ich da alle Börger aufgegessen? Bechern. Habe ich da alle Börger aufgegessen? Ja, alle Börger aufgegessen? Beichern. Weichern mal und gehen natürlich hin. Es ist ein Slug-Biast. Ja, wir haben ihn schon... Oh Gott, warum? Nein! Wir hatten ihn schon einen Millimeter abgezogen. Ich bin vollkommen begeistert. Ist klar, ob das so gefrecht wird haben. Der haut einfach mal ordentlich zu. Ich meine, okay, wir haben nur ein halbes Leben, aber trotzdem. Wir werden uns ja im Kampf wahrscheinlich mehr als einmal treffen. Oh nein, ich will den hier drauf. Manchmal echt. Ich gehe einfach drauf. Ich sehe Loot und ich sehe Feuer. Ah, Burger. Wir haben extra Brot gekauft. Da fehlt noch was. In einem Steak-Teller. Kleiner grüner Stein. Nehmen wir natürlich mit. Bild. Wollte es tragen. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel Konstitution, ne? Ne, erfüllt unsere Konstitution. Punkte? Nö. Perfekt. Axt eigentlich. Ah, da hängt auch ein bisschen. Dann drohe ich hier. Lass mal speichern. Wollte gerade fragen, gibt's hier was besonderes. Aber ja. Zwei ist Gags. Gags könnten nicht spucken, ne? Verweichern. Verweichern. Da sind auch noch zwei in der Erde. Nein, du läufst zur falschen Seite. Nein. Wir sind da jetzt zu viel... What? Drei Stück. Na klar. Alles klar, Annäherungsdinger interessieren keinen. Der Affen, ich kick euch vom Berg. Oh, der ging wohl daneben. Fliegt die... Hä? Bleibst du da stehen, dann explodiert die vielleicht noch neben dir. Außer sie rollt noch drei Kilometer. Hier. Jetzt heben wir uns auf, oder? Speichern. Oder warte mal. Wir müssen den Schuss verbrauchen. Noch auf den da schießen. Na komm. Lauf nach links. Komm hoch. Lass mich nicht mehr machen. Da ist ja ne geile Feuerradar-Ax. Wollen wir den so irgendwann da hinkriegen? Wollen wir uns ja mal hier runter stellen, vielleicht kommt er dann her. Haben wir schon Schaden an ihm gemacht? Sehen wir das? Vielleicht mal? Nein. War wohl zu weit. Rallt an ihm ab, interessiert ihn nicht. Ich komme. Ja, haben wir geschafft. So. Jetzt looten wir erst. Und dann gehen wir, äh... Darüber. Und gucken mal, was aus den Löchern kommt. Ist das hier alles hinter... Ja, das ist alles hinter dem Slugbeast. Dann... Dritter. Echt. Ich bin bereit, Arx. What? Ich bin scheinbar nicht bereit genug. Oh, oh. Ich bin doch hier bei dem Fass nicht so wild rum. Ist das verwirrt? Oh. Oh. Ist hier irgendwas besonderes, wenn der so hart bewacht wird? Also jetzt nicht durch die Kriter, sondern... Oh. 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 Wir möchten was von Pillen da mitnehmen. Einfach nicht. Nicht wissen was hier drin ist. Ja. Egal Schrott. Gut, gut. Erstmal nichts, das heißt, wir können die Kiste in Ruhe aufmachen. Zu einfach Und du machst ja auch nichts Uh, ein großer Elixierbeutel Erika, es gibt Energieregeneration Okay Essen jetzt mal einen Burger Da Willst du ein bisschen mehr Leben haben Falls irgendwas passiert Und es wird irgendwas passieren Fechern Hättes Überlebenskünstlers Das wollen wir uns angucken Ja, hier Überlebenskünstler Geschickt 10 Nötige Geschicklichkeit Und das Töten von Gegnern Gibt mehr Erfahrung Da ist auch Schlösserknacken Das können wir anlegen Wenn wir es brauchen Geil Hat sich gelohnt Auch noch runter gucken sollten Ey, warte Da liegt noch was Ach komm, wir gehen mal hier runter Äh Äh Hallo Warte, das ist ein Mist Boah, was seid ihr denn? Also, die da drüben eben standen Ist das die Fledermaus-Dinger? Andere, die kenne ich gar nicht War noch zu viel Wo wir noch nicht waren Deswegen zum Beispiel Bei Gothic damals Ich glaube, ich habe beim vierten Mal durch Habe ich auch noch was Gefunden, was ich vorher nie gesehen habe Äh, jetzt nicht Dass du alle fünf Minuten Noch irgendwas Neues entdeckst Wo du entdeckst halt neue Sachen Und das finde ich so geil da dran Wollen wir noch zwei Party-Spritzen Den tunten Kopf Kommt ihr rüber, wenn ich schieße? Den machen wir platt Ich glaube nicht Aber wir können es versuchen Na, heiß Die ist scheinbar nicht so heiß Sind jetzt echt beide? Ich werde noch nicht hängen Du hängst Ach, doch, eine Chimäre Doch, die hatten wir schon Und Da hatten wir schon als Oh nein, 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 nein Hatten wir schon als Kleriker Probleme War wohl unsere letzte Gut, dass wir noch 19 Schuss haben Ich glaube, wir kaufen keine Munition mehr Wir kaufen Granaten Eine könnte man vielleicht irgendwie schaffen, aber Ah, wir haben noch Warte mal Ich habe da so eine Idee Bleib mal da stehen Den nehmen wir Ja, und wir haben noch 20 Pfeile Dann nehmen wir den erstmal Bei, bitte Verballern wir mal unsere komplette Munition Die wir haben Dürfen wir das eigentlich benutzen? Ne, das andere dürfen wir nicht benutzen Bitterfeil oder sonst irgendwas Gucken, ob wir eine Chimäre schaffen irgendwann Bis wir keine Munition mehr haben Perfekt, gut, dass wir noch die Armust haben Warte Wir sind ja noch nicht am Ende Oh, sogar mit Blut Wie lange blutest du jetzt? Weißt du das schon? Wir wechseln erstmal Kork, kork Dann hatten kraften wir nicht schlecht Wechseln nochmal Jetzt sollte ich noch mal ein bisschen bluten nebenbei. Kann ich nicht mit Dauer auf Feuer gedrückt halten. Schade eigentlich. Solange er noch Pfeile hat, steht er morgen noch hier. Also Bolzen sind es ja in dem Fall. Den anderen werden wir so nicht schaffen. Aber da können wir speichern und das im Nachkampf versuchen. Wenn da nur einer ist, würde ich es nämlich sogar versuchen im Nachkampf. Also bei 2... Guck mal, der geht doch ganz floffig down. Kein Gegner für uns. Tja, schwere Totenkopf. Wenn die jetzt spucken könnten, ey. Ich war so am Arsch. Komm. Jetzt um. So viel hab ich nicht mehr. Und gib mir EP. Bam. So. Jetzt zu dir. Ach, du bist kein Gegner für uns. Kein Problem, Arx. Könntest... Ja, schieß mit. Du hast unendlich Munition. Arx? Machst du. Machst du. Machst du. Ich muss dir das mal angewöhnen, wie man campt. Man bleibt stehen. Man läuft nicht hier ins Zelt rum. Das kannst du im PvP machen. Oh, perfekt. Wir sind komplett alle. Dann speichern wir mal. So. Kein Problem, Junge. Hau zu! Siehst du? Sag ich doch. Kein Problem für ihn. Aber wir könnten's mit Essen versuchen. Aber noch Essen bei. Achtung, der scheiß Fokus, Achtung Was darf er denn sonst vorhin? Jo, jetzt kann ich nicht ausweichen Warte kurz Geht gleich weiter Ob der noch ein Burger nebenbei ist Hier bin ich Gut, hat sich richtig gelohnt Runtergekommen, auf die Fresse gekriegt, kann man wieder hochgehen Können wir noch Kleines Trank trinken Kampfsystem ist so für'n Arsch Guck sie doch an Klopft der sonst vorhin? Mit dem Fokus kannst du dich da nicht bewegen Könnten wahrscheinlich zigtausend kleine Gegner schaffen Ich glaub, das werden wir jetzt auch machen, weil an der kommen wir so nicht vorbei Arsch ist zu unfähig dafür Was können wir gehen? Warte mal, steht hier oben nicht der Slugbeast? Ja, Piest Aha Hinten Was machen wir denn? Banja, unten drinnen war ich Gut Lass mal Feuerzeugen da bekommen Man kommt hier regulär gar nicht hin, oder was? So ohne Fliegen Leitung Für Feuerzeugen Für Feuerzeugen Ich bräuchte eine Anleitung für Granaten Was hat das nicht zufällig hier, hm? Nö, aber eine Granate Gut War gar nicht so wesentlich weiter als vorher Wollen wir mal gucken Was sagt denn unsere Erfahrung? Dir hilft Bast Hm, da haben wir nichts mehr zu schießen Hallo Manchmal dreht er sich Und manchmal macht er halt gar nichts Ich check's nicht Ah, stimmt Jetzt, wo ich das da gerade sehe Wir wollten ja das Essen für Martha holen War verplant Wesenwelt Viel zu viel zu entdecken Hm Weiß niemand Er ist einfach hier Oh nein Schwefel Wir könnten auch versuchen Ähm Diesen Großen Kriegskoloss Zu töten Für Have Warten Weiß ich nicht Ob das Wail ist Hey, bei euch möchten wir jetzt gerade nicht Obwohl Warte mal Ihr seid doch eigentlich Seid ihr Outlaws oder Banditen Weichern mal Jetzt mach Verpiss dich Ich hab gesagt Verpiss dich Normalerweise töten wir nur fahrende Händler Aber bei dir Nervensäge Machen wir eine Ausnahme Dem machen wir Platz Warte ich brauchst du aber Wieso kann ich keinen Schaden an dem machen? dann wohl euer kampf wir wollen nicht mit uns spielen kommen jetzt egal wie oft ihr den umboxt es funktioniert nicht hallo voll auf die Frisse oh ich hab den Händler gehauen nö kein Effekt komm Arx sind wir Mist verzeihung jetzt sind wir vorbeigelaufen sind wir auch fast aber eben nur fast so ein Schandfleck unter vielen wenn unser Zeitalter naht dann kommt das hier alles weg so aber was uns der gute Raudor zu erzählen hat das gucken wir uns in den letzten ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen fürs Bewerten bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal